Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abalgen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Balgt ab, balgte ab, hat abgebalgt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich balge ab. Du balgst ab. Er balgt ab. Wir balgen ab. Ihr balgt ab. Sie balgen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich balgte ab. Du balgtest ab. Er balgte ab. Wir balgten ab. Ihr balgtet ab. Sie balgten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgebalgt. Du hast abgebalgt. Er hat abgebalgt. Wir haben abgebalgt. Ihr habt abgebalgt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich balge ab. Du balgest ab. Er balge ab. Wir balgen ab. Ihr balget ab. Sie balgen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich balgte ab. Du balgtest ab. Er balgte ab. Wir balgten ab. Ihr balgtet ab. Sie balgten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Balge ab, du. Balgen ab, wir. Balgt ab, ihr. Balgen ab, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abbalgen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Wir hoffen, es hat euch gefallen.